Ich muss den Sammelfaunt finden. Oh, mein Gott. Hoffentlich waren das alle von ihnen. Nein! Nein! Oh, mein Gott. 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 Kopf, Fronten! Er hat einen von uns. Die Flanken überprüfen. Vielleicht können wir ihn erreichen. So hilft mir doch jemand! Ich kann mich nicht bewegen. Wir ziehen ihn rein. Durchhalten. Wir schnappen ihn uns. Wir müssen uns beeilen. Versuchen, ihn von hier aus zu überraschen. Ich lenke sein Feuer auf mich. Sie kümmern sich um mich. Harte durch, Kumpel! Schick mich in Deckung! Harte durch, Kumpel! Hier bist du sicher. Wir holen uns den Scharflützen. Ich gebe ihm Deckung. Er ist nicht allein! Schick mich in Deckung. Schick mich in Deckung. Er ist getroffen! Gute Arbeit, Daniels! Rücken aus! Zu mir! Etwas Munition, Daniels! Er ist in Bewegung! Der Sammelpunkt ist in der Nähe! Und nicht haben unsere Jungs ihn heil erreicht! Du hast mein Leben gerettet! Danke dafür! Schüsse! Unsere Jungs müssen in der Nähe sein! Bewege uns! Feindaktivität! Verstanden, Sir! Wer für Granate! Ich bin leer! Lade nach! Vor! Hier! Ich bin leer! Lade nach! Scheffern! Da los! Na los! Na los! Ja! Na los! Na los! Er ist erledigt! Scheiße! Er ist erledigt! Granate geworfen! Scheiße! Granate! Verwägung! Verwägung! Und jetzt! Aus der Deckung! Wir haben die Deckung! Los, Jeter! Vorabend, Schöne! Feuer! Wir müssen doch die Biedsrichter! Wir haben die Biedsrichter! Wir haben die Biedsrichter! Wir haben die Biedsrichter! Feuer! Alles klar! Alles klar! Ungeschätzliche Leber! Das war der letzte von ihnen! Gut gemacht, Danyards! An der Brücke sammeln Männer! Wir besetzen die Mühle als Stützpunkt! Wenn Pearson hier eintrifft, rücken wir zum Sammelpunkt vor! Bin auf dem Weg, Sir! Nicht noch eine Brücke! Scheiße! Schöne! Ich hab dich schiezt! Ich hab dich schießt! Schöne! Ich hab dich schießt! Ich hab dich schießt! Ich bin leer! Schal in acht! Feindaktivität vom Mord! Ja, ich bin hier. Was ist das denn? Achtung! Achtung! Dann sind wir hier! Ein Schiff! Kommen Sie ab! Das ist die Polizei! 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 Was ist das? Aufrufe aufrufen Wir haben sie zurückgeschlagen. Wachsam bleibt. Wir warten auf Pearson und rücken dann zum Sammelpunkt vor. Stiles, Daniels, zu mir. Ich könnte Munition gebrauchen, Sir. Wir halten die Position, bis Pearson kommt und stürmen den Hügel gemeinsam. Vielleicht hat er die Mühle umgangen und ist allein los. Er hat nicht genug Männer. Das hat ihn noch nie aufgehalten. Ich sagte, wir warten hier. Und genau das werden wir tun. Bei allem Respekt, Sir. Was, wenn Stiles recht hat und Pearson vorgegangen ist? Dann ist das mein Problem, Daniels. Ich hab da so ein Bauchgefühl. Wenn ich mich nach Ihrem Bauch richten würde, Private, wären wir immer noch auf dem Boot in der Normandie. Genau. Pearsons Trupp wurde bei Kassarin ausgelöscht, oder? Die Geschichte wiederholt sich. Hoffentlich nicht. Ich will wissen, was wirklich passiert ist. Ja. Nun, ich trau mich nicht, Turner... ...zu fragen. Aber wenn's dich interessiert... Unsere Mission lautet, die deutsche Artillerie gemeinsam auszuschalten. ... ...